Musik Hallo, ich heiße Rayla. Vor fast drei Jahren durfte ich bei der Instrumentenvorstellung von der Musikschule die Queerflöte ausprobieren und auch andere Instrumente. Ich habe mich für die Queerflöte entschieden. Ich spiele jetzt schon fast zwei Jahre und es gefällt mir sehr. Ich übe mit meinem Vater und mit meiner Musiklehrerin Miriam. Nebst der meistgespielten Sopran-Queerflöte gibt es noch die Piccolo-, Alt-, Bass- und Kontrabass-Queerflöte. Das Instrument ist leicht zu transportieren und hat einen wandlungsfähigen Ton. Beginnen kann man mit der Queerflöte ab sieben Jahren. Und das Zusammenspiel ist in den verschiedensten Formationen möglich. Auch in den verschiedenen Musikarten wie in der Klassik, im Pop, im Jazz oder in der Volksmusik ist das Instrument zu finden. Dein Lehrer oder deine Lehrerin freut sich auf eine Schnupperlektion mit dir. Bis bald. Dein Lehrer Vielen Dank.